Ali Can, danke dir für 2,50 Euro, ich habe VTR und nicht vergessen, wir sind hier diesen Medium Artikel nochmal durchgegangen und es gibt ja diese zwei neuen Token, der eine Token ist da, um auf nachhaltige DApps, also DApps im Bereich Nachhaltigkeit zu voten, so wie bei Asta, du kannst quasi deine Token dort staken, auf die DApps, da haben sie in Asta 1 zu 1 nachgemacht und ich bin unfassbar glücklich, dass VeChain kapiert, was gerade gut im Markt ankommt und das einfach nachmacht. Du kannst deine Token auf der DApp staken, die Entwickler bekommen Belohnungen in dem anderen Coin hier, was ist das, B3TR und die Leute, die staken, bekommen Belohnungen, aber hier irgendwo in einem kleinen Nebensatz stand, dass sie natürlich dem Token Value geben wollen und wir kennen alle VeChain, sie machen geniale Token Designs, wir haben es bei VTR gesehen und ich glaube nicht, dass sie diesen Coin einfach nur hochinflationär machen, ohne eine Nachfrage, Sie werden sich schon eine bestimmte Nachfrage ausdecken für diesen Coin, für diesen Token und das macht mir ein bisschen Angst. Was wird die Nachfrage hier befeuern können, wo wird die Nachfrage herkommen, das werden wir aber mit der Zeit dann anscheinend sehen. Jetzt erstmal sind diese beiden neuen Tokens gut, genial, aber ein kleiner Abfall in dem Anstiegspotenzial und in dem Token Use Case von VET, weil das, was jetzt ein bisschen gemacht wird mit nachhaltigen DApps, das hätte auch vorher mit VET gemacht werden können. Hier hat man jetzt zwei neue Coins und Tokens genommen, aber ist trotzdem VET sehr, sehr stark und ich denke mir, das, was sie hier machen, VET ist sowieso das beste Projekt im Bereich Nachhaltigkeit mit den besten Partnern, dass sie das nicht ohne Grund machen und dass sie sich was gedacht haben dabei. Aber mit der Zeit werden wir dann nochmal den ganzen Token Use Case sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, lasst gerne Like und Abo da, um das nicht zu verpassen, meine Lieben. Falls jemand hier nach einer Börse für den Krypto-Einkauf sucht, so kann ich klipp und klar mit bestem Gewissen BitWafo empfehlen. Günstig, sicher und EU-reguliert und sogar versichert bis 100.000 Euro vor Diebstahl und Hacks gibt es über meinen Link 10 Euro Startguthaben, die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit.